Liebes ICF München, am Dienstag 11. November werden wir live bei euch in München sein und erzählen über das, was Gott hier in Kambodscha im letzten Jahr getan hat. Nun sind wir über ein Jahr hier in Kambodscha und wir möchten euch erzählen, wie es unseren Herzen geht, wie wir Beziehungen zu den Khmerz leben und wie die Khmerz uns verändern. München ist eine wichtige Stadt, denn aus dem ICF München ist der erste Volunteer schon bereits hier gewesen und hat uns geholfen, hier das ICF aufzubauen. Und darum ist es uns eine spezielle Ehre, so einen Kambodscha-Abend am Dienstagabend zu machen, wo wir alle gemeinsam eintauchen und die Geschichte und die Videos und die Bilder vom letzten Jahr so richtig miteinander geniessen und erleben können. Wir freuen uns auf euch! Wir freuen uns auf euch!